Predigt 11 Um ihr Leben erfüllt vom Heiligen Geist zu erhalten Epheser 5, 6-18 Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts, die Frucht des Lichts lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf, denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird, denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist, und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Um ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist zu erhalten, müssen wir uns dem Predigen des Evangeliums widmen. Wir müssen zuerst den Segen erhalten, der den Heiligen Geist in unseren Herzen wohnen lässt, um ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist leben zu können, um die Innewohnung des Heiligen Geistes zu empfangen, müssen wir einen solchen Glauben haben. Das bedeutet, dass wir an das Evangelium von Wasser und Geist, das Gott uns gegeben hat, glauben müssen, Durch diesen Glauben werden wir den Segen erhalten, der den Heiligen Geist in uns wohnen lässt. Wollen diejenigen, die die Innewohnung des Heiligen Geistes haben, ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist? Natürlich wollen sie das. Aber warum können sie dieses Leben nicht leben? Die Ursache liegt darin, dass sie ihre eigenen Probleme Vorrang vor den Werken Gottes haben, was bedeutet, dass sie nicht in ihm leben können. Um ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist zu erhalten, müssen wir die Worte Gottes erfahren und daran glauben. Lassen Sie uns zuerst einmal einen Blick in die Bibel werfen, um herauszufinden, was für ein Leben und was für einen Glauben wir haben müssen. Was ist der Grund dafür, dass einige Menschen kein Leben erfüllt vom Heiligen Geist leben können? Zuerst einmal können wir sagen, dass es daran liegt, dass sie sich nicht selber aufgeben können. In der Bibel steht, dass nur diejenigen, die sich selber aufgeben, mit dem Herrn leben können. Da es nicht möglich ist, durch eigene Anstrengungen ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist zu leben, muss jeder den Glauben an die Innewohnung des Heiligen Geistes haben, um sich selber aufzugeben. Selbst für diejenigen, die die Innewohnung des Heiligen Geistes haben, ist es schwer, sich selber ohne Bedenken um das Königreich Gottes aufzugeben. Daher müssen wir für ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist dem Evangelium von Wasser und Geist dienen. Nur dann kann sich ein Mensch selber aufgeben und als Diener der Gerechtigkeit leben. In Matthäus 16, 24-26 steht geschrieben, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Der Grund dafür, dass einige Menschen, die wiedergeboren sind, kein Leben erfüllt vom Heiligen Geist leben können, ist, dass sie es nicht geschafft haben, den Begierden des Fleisches zu entsagen. Selbst die Leute, die die Innenwohnung des Heiligen Geistes haben, können dem Heiligen Geist nur folgen, wenn sie die Begierden des Fleisches aufgeben. Es gibt viele Aspekte des fleischlichen Lebens, die wir aufgeben müssen, um dem Herrn zu folgen. Der Herr hat gesagt, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Es ist der Tod, wenn man fleischlich gesinnt ist. Doch es ist das Leben, wenn man spirituell gesinnt ist. Die Menschen, die mit dem Geiste leben möchten, müssen das fleischliche Leben aufgeben. Nur diejenigen, die es wagen, dieses Opfer zu begehen, können ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist erhalten. Das ist die Wahrheit der Vollkommenheit des Heiligen Geistes. Wem möchten sie folgen? Dem Herrn oder der Welt? Nach ihrer Wahl wird ihnen ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist oder ein Leben des Fleisches gehören. Wenn sie wirklich ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist leben möchten, ist es ihre Wahl. Gott hat uns von all unseren Sünden gerettet und gab uns als Geschenk die Innenwohnung des Heiligen Geistes. Doch es liegt bei ihnen, sich zu entscheiden, ob sie ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist leben. In anderen Worten, das Leben erfüllt vom Heiligen Geist ist weder vorherbestimmt noch von Gott, vom Schicksal bestimmt. Das Leben erfüllt vom Heiligen Geist hängt nur von dem Willen derjenigen unter uns ab, die an das wunderschöne Evangelium von Wasser und Geist glauben. Sie müssen willend sein, ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist zu leben. Wenn sie den Willen haben, ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist zu leben, wird Gott es gestatten. Er wird ihnen helfen und sie segnen. Doch wenn sie das nicht wollen, müssen sie das Leben erfüllt vom Heiligen Geist aufgeben. Sie können die Innenwohnung des Heiligen Geistes nur durch den Glauben an das Evangelium von Wasser und Geist empfangen und nicht durch ihren Willen. Doch um ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist zu leben und es zu erhalten, hängt vollständig von ihrem Willen ab. Daher müssen sie auf ihren eigenen Willen verzichten und um Gottes Hilfe bitten, wenn sie ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist leben wollen. Wenn wir wirklich ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist wollen, wird Gott uns segnen und unseren Wunsch erfüllen. Doch um unser Ziel zu erreichen, müssen wir den Begierden des Fleisches entsagen. Zweitens müssen wir unser Kreuz auf uns nehmen, um ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist leben zu können. Wir müssen selbst in schwierigen Situationen nach dem Willen Gottes leben und uns danach richten. Das ist es, was es bedeutet, ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist zu leben. Und drittens sagt der Herr, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Das bedeutet, dass wichtig in unserem Leben ist, den Herrn zu folgen. Wenn wir ihn tatsächlich folgen, wird unser Geist und unser Körper gedeihen. Doch wenn wir ihm nicht folgen und lieber unser eigenes Leben leben, werden unser Geist und unser Fleisch verenden. Warum können wir kein Leben erfüllt vom Heiligen Geist haben? Der Grund dafür ist, dass wir unsere Gedanken, nämlich die Begierden des Fleisches, nicht verleugnen, wenn wir Jesus folgen. Stärkt der Geist unsere inneres Ich und er kann uns daher mit größerer Macht lenken. In Epheser 5, 11-13 steht geschrieben, Die Christen dürfen keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis haben. Doch wenn wir selbst den unfruchtbaren Werken der Finsternis nachgeben, schreibt Gott uns vor, sie aufzudecken. Uns sollten unsere Werke der Finsternis vorgeworfen werden. Denn es ist eine Schande, auch nur von den Dingen, die heimlich getan werden, zu sprechen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Wem ist es möglich, alle diese schändlichen Dinge aufzudecken und davon zu sprechen? Wenn andere Leute, wie ihre Brüder oder Schwestern und die Diener Gottes sie nicht aufdecken können, müssen sie sie selber aufdecken. Man sagt, dass alles aber offenbar wird, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Daher müssen wir unsere bösen Taten als Unrecht bekennen und vom Heiligen Geist dazu gebracht werden, die unfruchtbaren Werke der Finsternis selber oder durch unseren Anführer aufzudecken. In dieser Welt enden alle Dinge, sobald sie zurechtgewiesen sind. Doch in der Welt Gottes werden alle Dinge vom Licht offenbart. Denn alles, was offenbart, ist Licht. Da wir alles andere als vollkommen sind, begehen wir in dieser Welt unwissentlich viele Sünden. Wenn wir jedoch auf uns selber das Licht der Worte Gottes werfen, werden wir uns bestimmter Sünden bewusst und es ist uns möglich, sie zu bekennen. Und so sind wir dazu gekommen, Gott unendlich Dank abzustatten. Weil Jesus all unsere Sünden und Schwächen fortgenommen hat und alle Rechtschaffenheit Gottes erfüllt wurde, als er im Jordan getauft wurde, ist es uns möglich, von dem Licht durch die Rechtschaffenheit Gottes offenbart zu werden. Die Milliarden von Sünden, die die Menschheit begangen hat, wurden auf Jesus übertragen, als Johannes ihn taufte. Er ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt fortgenommen hat, am Kreuz für sie gerichtet wurde und er auferstand. Jesus hat der Menschheit alle Sünden vergeben und als er sagte, es ist vollbracht, in Johannes 19,30 wurde die gesamte Menschheit gerettet. Wir wurden durch unseren Glauben an das, was Jesus Christus getan hat, geheiligt. Da unsere Sünden vergeben wurden, können wir wieder in das Licht kommen und Gott Rechtschaffen folgen. Gott hat uns befohlen, die Zeit auszukaufen. Paulus sagte, dass wir die Zeit auskaufen müssen, wenn wir ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist führen wollen. In Epheser 5,16-17 steht geschrieben, und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Warum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Wenn wir ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist leben wollen, müssen wir die Zeit auslösen und nicht dumm sein. Wir sollten verstehen, was der Wille Gottes ist und ihn ausführen. Wir müssen uns entscheiden, was lohnender ist, ein Leben im Glauben an unser Fleisch zu führen oder eines, das Gott gewidmet ist. Nachdem wir wiedergeboren werden, wohnt der Heilige Geist in uns. Wenn wir die Innewohnung des Heiligen Geistes empfangen, bedeutet das, dass unser Gebieter der Herr ist und dass er unser König ist. Nur er ist unser Retter, und wir müssen ihn vollkommen als unseren Gott anerkennen. Er ist unser einziger Gebieter. Es ist der Gebieter, der mich geschaffen hat, mir all meine Sünden vergeben und mich gesegnet hat. Und er ist der König, der die Oberherrschaft über mein Leben und meinen Tod Segen oder Flüche hat. Wir müssen anerkennen, dass der Herr der Gebieter selber und Gott ist. Deshalb sollten wir ihm unser ganzes Leben lang gehorchen. Lassen Sie uns sehen, was in Philippa 2, 5-11 geschrieben steht. Seid auch unter euch gesinnt. Wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Paulus sagte, seid auch unter euch gesinnt. Er sagte, dass das das Herz Jesu Christi sei. Was Paulus als Gewinntsein bezeichnet, kommt von Jesus, der Gott der Schöpfer war und auf diese Welt kam, um sein Volk von ihren Sünden zu retten, nach dem Willen seines Vaters. Der Herr kam in diese Welt und nahm alle Sünden durch seine Taufe von Johannes fort. Und als er am Kreuz starb, wurden die Sünden der Welt mit ihm ausgelöscht. Dann wurde er am dritten Tage auferweckt und wurde unser Erlöser. Der Grund dafür, warum Jesus Christus, der Schöpfer, auf dieser Welt kam, war, um uns zu retten. Er zeigte uns seine Liebe für uns durch seine Taufe und das Blut am Kreuz. Alle Schöpfungen müssen vor ihm niederknien und seine Liebe zu schätzen wissen, die uns die Vergebung der Sünden gegeben hat, indem er sich selber als Wesen erniedrigt hat, obwohl er der Schöpfer ist. Darum sollten alle Schöpfungen bekennen, dass er ihr wahrer Retter ist. Er hat uns dazu gebracht, dass wir bekennen, dass er nicht nur der Herr aller Schöpfungen ist, sondern für uns auch der Herr der äußersten Rechtschaffenheit. Wir, die wir an Gott glauben und die Innewohnung des Heiligen Geistes haben, müssen daran glauben, dass Gott der einzige wahre Gebieter für mich ist und die Liebe Jesu Christi in unseren Herzen haben. Wir müssen den Glauben daran haben, dass unser Gebieter nicht wir selber sind, sondern Jesus Christus, der uns geschaffen und von all unseren Sünden gerettet hat. Und wir müssen auch den Glauben daran haben, dass er der Gebieter ist, der uns ein neues, gesegnetes Leben leben lässt und alle für uns vorbereitet und für uns arbeitet. Es gibt viele Menschen, die nicht ihren Gebieter wechseln möchten, nachdem sie wiedergeboren werden. Es gibt viele, die die Innewohnung des Heiligen Geistes haben, aber darauf bestehen, dass sie ihre eigenen Gebieter sind. Das Leben erfüllt vom Heiligen Geist ist das Leben Gott zu folgen. Ein solches Leben kann nicht in einem Tag erreicht werden, sondern ist nur möglich, wenn wir daran glauben, dass Jesus der Gebieter unseres Lebens ist und der eine, der uns alle und alle anderen Kreationen im Universum erschaffen hat. Wir müssen den Glauben haben, um Jesus, unserem Herrn, Gebieter und Gott, der uns von unseren Sünden gerettet hat und uns ewig während des Leben im himmlischen Königreich gegeben hat, dienen. Wir müssen die Wahrheit in unserem Sinn halten. Viele Menschen leben ihre Leben als ihr eigener Gebieter. Sie beschützen und bewahren die Oberherrschaft über ihr eigenes Leben. Doch jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um den Gebieter zu wechseln. Wir sind jetzt zu denjenigen geworden, die Gott kennen und somit ist unser wichtigster Gebieter der Herr. Wir alle haben Sünde in unserem Herzen und sollten für unsere Fehltaten in die Hölle verdammt werden. Doch wir haben, durch unseren Glauben an das Evangelium von Wasser und Geist, Gott gefunden. Gott liebt uns so sehr, dass er in dieser Welt gekommen ist, alle unsere Sünden durch die Taufe von Johannes von uns genommen hat und am Kreuz gestorben ist, um unser wirklicher Retter zu werden. Und durch unseren Glauben an Gott wurden wir von all unseren Sünden erlöst. In anderen Worten, wir haben die Innewohnung des Heiligen Geistes empfangen. In der Bibel steht geschrieben, Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Römer 8, 9 Als wir seine Erlösung empfangen haben, nämlich die Innewohnung des Heiligen Geistes, wurden wir die Kinder Gottes. Der Heilige Geist ist für uns Gott und wir müssen in der Rechthaftschaffenheit Gottes leben. Unter der Anweisung des Heiligen Geistes. Um so zu leben, müssen wir die Herrschaft über uns selber aufgeben. Nachdem wir Jesus begegnen und von ihm erlöst werden, müssen wir ihn zu unserem einen und einzigen Gebieter machen. Wir müssen den Thron in unserem Herzen Jesus übergeben. Wir können dem Herrn nicht folgen, wenn wir uns selber als den Gebieter über unser eigenes Leben betrachten. Wenn Gott uns befiehlt, ihm zu dienen, werden wir Ja sagen, als wären wir nicht unsere eigenen Gebieter. Andererseits werden wir sagen, warum sollte ich das für dich tun? Der Mensch, der sein eigener Gebieter ist, wird sich weigern, das zu tun, was Gott von ihm will und denken, er sollte mich darum bitten, zu tun, was er will. Für einen solchen Menschen sind Gottes Anweisungen nichts anderes als müßige und störende Worte. Um jedoch mit dem Heiligen Geist angefüllt zu sein, müssen wir seinen Befehlen gehorchen. Wir können keine Kühe sein, die zum Schlachter gezerrt werden, sondern wir sollten lieber freiwillig anbieten, Gott zu folgen. Wir müssen Gott, unserem Retter, der uns auf den rechtschaffenen Pfad führt, folgen. Gott ist der Herr, der uns mit der Rettung gesegnet hat. Wenn wir ihm als unserem Gebieter dienen und uns an seine Regeln halten, können wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Wenn Sie und Ihre Familienmitglieder ihr Königtum an Jesus weitergeben und ihn über alles andere stellen, werden Sie Gnade und Segen in Ihrem Leben haben. Es mag sein, dass Sie Bilder wie das, in dem ein Mann, der gegen starke Windböen segelt und Jesus genau hinter ihm steht, kennen. Wenn es so erscheint, als lösen wir die Herausforderungen in unserem Leben selber und tun das Werk des Herrn, ist es eigentlich unser Herr Jesus Christus, der uns führt und unsere Hand hält. Es ist der allmächtige Gott, der über unsere Leben wacht. Er hat uns gerettet, er beschützt uns vom Satan, führt uns und hat die Oberherrschaft über unseren Leben. Da er unser Gebieter ist, ist es ihm möglich, uns zu beaufsichtigen und uns zu segnen. Doch wenn wir ihn nicht als unseren Gebieter anerkennen, kann er diese Rolle nicht ausführen. Da er der allmächtige Gott ist, kann er nichts anderes für uns tun, wenn wir ihm nicht als unseren Gebieter dienen und um Hilfe bitten. Alle Dinge an ihn abgeben. Geben sie alle Dinge an ihm ab, damit er seine Herrschaft über uns erfüllen kann. Dienen sie ihm und bekennen sie, dass er unser Gebieter ist. Da wir alles andere als vollkommen sind, müssen wir alle Dinge an ihn abgeben und alle Verantwortung auf ihn übertragen. Sobald wir unsere Familien, unser tägliches Leben und alles andere an ihn abgeben, werden wir die Weisheit von Gott erhalten und es wird uns möglich sein, so zu leben, wie er es möchte und alle Probleme mit dem Glauben und der Macht, die Gott uns gegeben hat, bewältigen. Unsere Probleme werden dann zu denen unseres Gebieters, was bedeutet, dass er für uns Verantwortung übernehmen wird, wenn wir nur Jesus, dem Allmächtigen Gott, folgen. Es wird uns möglich sein, ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist zu leben und uns an dem Frieden zu erfreuen, der in ihm wohnt. Als Christen müssen wir vor Gott niederknien, ihn anerkennen und ihm als unserem Gebieter dienen. Lassen Sie uns sehen, was in Philippa 3,3 darüber geschrieben steht, welche Art von Glauben wir haben müssen, um ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist leben zu können. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geiste Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch. Hier steht die Beschneidung für diejenigen, die Gott im Geiste anbeten, sich an Jesus Christus erfreuen und kein Vertrauen auf das Fleisch haben. Als die Beschneidung zu leben bedeutet, alle Sünden in unseren Herzen abzuschneiden und sie auf Jesus Christus, der von Johannes getauft wurde, zu übertragen. Diejenigen, die vom Geist geführt werden, verdanken dem Geist ihr Leben. Sie dienen Gott und erfreuen sich an Christus Jesus und sagen, Jesus hat mich zu diesem ehrenvollen Leben geführt. Er hat mich rechtschaffen gemacht und mich gesegnet. Er hat mir all die Gnade gegeben, die ich brauchte, um ihm zu dienen. So müssen wir leben. Das ist das Leben erfüllt vom Heiligen Geist. Paulus hat gesagt, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. 1. Korinther 10, 31 In Philippa 3, 13-14 steht geschrieben, Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Gott hat uns gesagt, dass wir die Dinge, die in der Vergangenheit hinter uns liegen, vergessen sollen und nach den Dingen greifen sollen, die vor uns liegen. Wir müssen nach unserem Ziel jagen, ohne Rücksicht auf unsere rechtschaffenden Taten oder Missetaten, müssten wir die Dinge, die hinter uns sind, vergessen und versuchen, nach den Dingen zu greifen, die vor uns liegen und nach unserem Ziel jagen. Dieses Ziel ist es, seinem Willen zu dienen, indem man an Jesus Christus festhält und an ihn glaubt. Wir sind alles andere als perfekt. So, dass wir dazu neigen, nachzugeben, wenn wir den Köder des Fleisches spüren. Wir können jedoch alle unsere Schwächen und Unzulänglichkeiten dadurch, dass wir zu Gott aufschauen und voller Glauben sind, loswerden. Als Jesus Christus von Johannes getauft wurde und am Kreuz starb, wurden all unsere Sünden auf ihn übertragen. Als er durch die Wiederauferstehung unser Retter wurde, wurde uns ein neues Leben gegeben, als Dank für unseren Glauben an ihn. Daher müssen wir alle Dinge, die hinter uns liegen, loswerden, nach den Dingen greifen, die vor uns liegen und nach unserem Ziel jagen, um ihr Leben erfüllt vom Heiligen Geist zu erhalten. Wir müssen nach den Dingen greifen, die vor uns liegen und nach einem höheren Ziel jagen. Ich hoffe, dass Sie alle vergangenen Dinge so schnell wie möglich vergessen können, falls Sie sie belasten. Es gibt viele Dinge, die aufgrund unserer Schwächen nicht getan werden können. Doch die sind nicht wichtig, denn alles, was zählt, liegt in der Zukunft. Da die Zukunft wichtiger ist, müssen wir unser Königtum, Jesu Christi, durch den Glauben überreichen und von ihm geleitet werden. Wir müssen ihn entscheiden lassen, wie wir in der Zukunft leben werden und das tun, was ihn zufrieden stellt. Wir müssen so leben, wie die Jünger es getan haben. Wir können nur ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist leben, wenn wir stark in unserem Glauben an den Sünderlass werden. Das ist sehr wichtig. Lassen Sie uns einen Blick auf den 2. Timotheus 2, 1-10 werfen. So seien nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das Befehl treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Leide mit als ein guter Streiter Christi Jesu. Wer in den Krieg zieht, verwickelt sich nicht in Geschäfte des täglichen Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Und wenn jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt. Er kämpfe denn recht. Es soll der Bauer, der den Acker bebaut, die Früchte als erster genießen. Bedenke, was ich sage. Der Herr aber wird dir in allen Dingen Verstand geben. Halt im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten, aus dem Geschlecht Davids, nach meinem Evangelium, für welches ich leide bis dahin, dass ich gebunden bin, wie ein Übeltäter. Aber Gottes Wort ist nicht gebunden. Darum dulde ich aller um der außerwählten Willen, damit auch sie die Seligkeiten erlangen, in Christus Jesus, mit ewiger Herrlichkeit. So wie Paulus zu Timotheus sprach, sprach der Heilige Geist zu uns. So sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. Und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das Befehl treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. So sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. Durch die Gnade, stark zu sein, bedeutet hier, dass wir unseren Glauben an das Evangelium von Wasser und Geist, durch den Glauben an ihn und daran, dass wir an ihm festhalten, stärken müssen. Jesus Christus kam in diese Welt, um all unsere Sünden durch seine Taufe zu akzeptieren, starb am Kreuz, er stand auf und wurde unser Retter. Das bedeutet, dass wir stark in der Gnade Gottes und ihm dankbar sein sollten. Gott hat uns gerettet und daher sollten wir die Rettung durch den Glauben als Geschenk Gottes annehmen. Das bedeutet die Rettung durch den Erlass der Sünden. Das hat nichts mit täglichen, frühmorgendlichen Gebeten oder dem Spenden von Geld für den Bau einer Kirche zu tun. All diese Dinge bringt mehr Schaden, als dass es einem hilft, die Rettung zu empfangen. Unsere Rettung durch die Vergebung der Sünden bedeutet, dass Jesus Christus ohne Rücksicht auf unsere Sünden getauft wurde, um all unsere Sünden zu tragen und dann am Kreuz starb, um all unsere Überschreitungen auszulöschen. Er erstand auf, um uns von all unseren Sünden zu retten. Pastoren und auch Laien können ihre Sünden vergeben werden, wenn sie dieses Evangelium der Wahrheit glauben. Jeder, der so an Jesus Christus von ganzem Herzen glaubt, empfängt die Vergebung der Sünden. Daher können wir auf die Gnade der Rettung vertrauen und unseren Glauben stärken. Wenn wir ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist leben wollen, müssen wir stark in unserem Glauben an das Evangelium von Wasser und Geist werden. Es gibt Gebiete unseres Lebens, wo wir daran versagen, dem gerecht zu werden und unseren Anteil an der Schwäche haben. Darum sollten wir stark in der Gnade der Rettung werden. Jedes Mal, wenn unsere Schwächen auftauchen, müssen wir über unseren Glauben meditieren, indem wir sagen, Gott hat mich durch das Evangelium von Wasser und Geist gerettet. Jesus hat mir all meine Sünden durch das Wasser und den Geist vergeben. Wir werden Recht schaffen, wenn wir an dieses Evangelium glauben und uns selber stärken, indem wir die Innewohnung des Heiligen Geistes haben. Wir wurden von unseren Sünden gerettet und wurden durch den Glauben an das Evangelium von Wasser und Geist stark. Wir wurden durch unseren Glauben gesegnete Menschen. Paulus sagte, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Das ist sehr wichtig. Es bedeutet, dass wir unser Leben Gott widmen müssen, ob ihr nun esst oder trinkt. Wir sollten essen, trinken und stark in unserem Glauben an Gott sein, um sein Werk zu tun. Wir sollten gute Dinge für unsere Gesundheit essen, um das Evangelium predigen zu können. Wer ihm den Krieg zieht, verwickelt sich nicht in Geschäfte des täglichen Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. 2. Timotheus 2, 4 Sie sollten ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist leben, um das Evangelium zu predigen. Wir können ein gläubiges Leben führen, wenn wir ein Leben um das Predigen des Evangeliums willen leben. Alle, die ein solch gläubiges Leben leben, sind vom Heiligen Geist erfüllt. Wir sollten alle nach einem Leben erfüllt vom Heiligen Geist streben. Selbst die Gaben, die sie durch ihre schwere Arbeit erlangt haben, sollten für das Evangelium verwendet werden. Wenn sie ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist erhalten möchten, müssen sie sich dem Herrn verschreiben, zu seinen Diensten bereitstehen, ihr Geld für das Evangelium geben und all ihre Freuden und Sorgen mit Gott teilen. Wenn wir ein solches Leben leben wollen, müssen wir mit einem starken Willen, dem Evangelium zu dienen, im Glauben leben. Viele Menschen haben bis jetzt ein Leben für sich selber gelebt. Sie haben Mauern errichtet und ihr Eigentum angesammelt, indem sie ihre eigenen Herren waren. Jetzt müssen wir jedoch für Gott leben. Wir müssen Gott als unseren Gebieter anerkennen. Der Herr sagt, wer in den Krieg zieht, verwickelt sich nicht in Geschäfte des täglichen Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Das Leben als Soldat bedeutet, dass man Vorschriften folgt. Der Herr löst unsere Probleme für uns, beschützt und führt uns. Wenn wir für ihn als seine Soldaten leben, er befiehlt uns, dass wir zuerst das Königreich Gottes und seine Rechtschaffenheit suchen müssen. Matthäus 6, 33 Es gibt nichts Falsches am Wort Gottes. Wenn wir ihm folgen, werden wir die Wahrheit seines Wortes erfahren. Doch denken Sie zuerst daran, dass Sie die Innewohnung des Heiligen Geistes in Ihrem Herzen haben müssen. Ein Mensch ohne die Innewohnung des Heiligen Geistes kann seinen eigenen Thron nicht an Gott übergeben. Ein Mensch jedoch, der die Innewohnung des Heiligen Geistes hat, kann den Thron seines Herzens an Gott geben und somit die Vollkommenheit des Heiligen Geistes Erfahrung und Freude und Frieden in seinem Herzen haben. Die Innewohnung des Heiligen Geistes wird für Sie wahr werden, wenn Sie nur das wunderschöne Evangelium von Wasser und Geist verstehen und daran glauben. Wenn Sie die Vollkommenheit des Heiligen Geistes haben wollen und ein gesegnetes Leben leben wollen, sollten Sie Gott als dem König dienen und für das Wohlergehen seines Reiches leben. Dann werden Sie mit dem Heiligen Geist erfüllt sein und Ihr Herz wird dann reich werden und Ihr reiches Leben wird erhalten bleiben. Wie Sie die Segnungen erringen und zu Kindern im Königreich Gottes werden. Ich habe die Botschaft, dass die Menschen, die die Rettung von der Sünde empfangen haben und die Innewohnung des Heiligen Geistes empfangen haben, indem sie an den Herrn glaubten, ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist leben sollten, überbracht. Ich habe das Leben erfüllt vom Heiligen Geist definiert und erklärt, wie ein solches Leben erhalten werden kann. Ich habe auch erklärt, dass Sie durch den Glauben Ihre Throne an den Herrn übergeben müssen und ihm durch den Glauben dienen müssen und ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist erhalten müssen. Noch einmal, für jemanden, der die Innewohnung des Heiligen Geistes hat, bedeutet die Wiedergeburt nicht das Ende. So jemand muss weiterhin ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist leben. Wir sollten mit Sicherheit wissen und daran glauben, dass unser Geist und unser Fleisch nur gesegnet werden kann, wenn wir ein solches Leben leben. Ein solches Leben geschieht nicht spontan. Es geschieht nur, wenn wir an den Herrn als unseren Gebieter glauben und ihn in unseren Herzen an vorderste Stelle stellen. Gott hat uns gerettet und bereits ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist. Ein Leben, in dem wir dem Evangelium dienen. Er hat uns auch sein Werk und die Stelle gegeben, um sein Werk zu tun, so dass wir ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist leben können. Sie sollten sich ihm widmen und ein Leben für ihn leben. Dienen sie ihm, um dieses wunderschöne Evangelium zu predigen. Ihr Herz wird dann erfüllt vom Heiligen Geist werden und Freude und Gnade wird zu ihnen kommen. Am Tag seiner Wiederkehr werden sie gesegnet sein, stolz vor Gott stehen und sein Lob gewinnen. Sie und ich sollten das Leben erfüllt vom Heiligen Geist bewundern. Wir sollten nach einem solchen Leben durch den Glauben streben. So erhält man ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist. Haben sie den Thron in ihrem Herzen Jesus abgetreten, um ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist zu leben? Ich hoffe, dass sie ihn in ihrem Herzen an vorderster Stelle stehen lassen. Sie müssen den Willen haben, ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist zu leben. Dann wird er sie segnen, damit sie ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist leben können. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020